Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Miese Möwen anzunehmen bei Arthugan in Rustvar. An dieser Position. Nehmt die Quest gleich mal an und darf nun 10 gefressige Möwen töten. Hier sieht man schon welche. Ich habe hier glaube ich 5 zusammen gepullt. 5 von 10. Die gibt es nun hier im Gebiet an der Küste da. Hier soll es auch noch welche geben. Ich sehe aber gerade keine. Egal. Keine Luft. Gleich habe ich 8 von 10. Und wie man sieht sind hier auch welche. So, Quest ist bereit zur Abgabe. Die Quest ist abzugeben bei Arthugan in Rustvar. An dieser Position. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe das Video hat euch geholfen die Quest abzufließen. Dann. Ciao. Ciao. . . . . . . . Untertitelung des ZDF, 2020